Die Nachzeitung zeigt Fabian-Morals-Gesammfassung mit dem deutschen WM-Spiel auf ihrer Webseite. Und die Tageszeitung der Guardian aus Großbritannien, die der Englischen. Das Video mit ihm schon jetzt gegen während Moral fällt ein Spiel gegen die USA, ist eines der meistgesehenen des jemals auf der Webseite stand. Was für ein Fehler! Was für ein grauenhafter Moment für Rockwing und für England! Sollte Musik Sollte Musik